Liebe Angela, hier ist wieder die Walburga aus Blumenreide in Niederbayern. So unter uns fahrst du dich, dann habe ich da noch mal eine Frage zu den Masken. Du hast doch mit deiner Großkupfer-Ministerpräsidenten ausgeholt, dass jetzt nur noch zum Einkaufen und beim Bahnfahren die FDP-Masken, diese FFP2-Masken getragen werden dürfen. Aber wenn man die einkaufen möchte, dann kriegt man keine in die Geschäfte. Die sagen, die kommen erst. Weißt du, wo man solche kriegt? Ach so, in den Apotheken. Aber zu Apothekenpreisen, wahrscheinlich mit so einem Goldmarscherl. Ja, und dann zu meinen zwei Enkel. Ja, die sind die ganze Zeit daheim und machen nur noch Blödsinn. Und jetzt sollen die noch bis Mitte Februar in die Hütten bleiben. Ja, die verbläden mir noch ganz schön. Die tun nur noch mit dem Handy spielen und vor dem Fernseher hucken. Und meine Tochter und der Schwiegersohn, die streiten auch schon die ganze Zeit. Liebe Angela, wenn ich das überlebe, dann melde ich mich wieder. Geh, halt die Arnsteife und halt die Ballitbande in Schacht ab. Bei dir, in kein Lинов, bei dir, biskrieg. Wird dich? Untertitelung des ZDF, 2020